So Leute, überall blinkt die 1, jeder von uns wird was neues ziehen. Ich würde sagen, let's go. 3, 2, 1. Oh mein Gott! Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Pukki. Schön, dass du wieder dabei bist und heute gibt es mal wieder eine neue Folge Brawl Stars! Ach du Kacke, was geht denn hier ab, Leute? Ihr seht schon, wir haben hier 8 Perspektiven. 8 iPads oder iPhones oder was auch immer für welche Geräte oder Samsung-Handys. Ist ja auch egal, auf jeden Fall 8 Bildschirme, wo Brawl Stars läuft. Ich habe mir heute ein paar YouTuber eingeladen und wir werden heute ein 8er Opening Battle machen. Mit dem neuen Brawl Pass, also der Season 2. Wir haben alle 2600 Gems drauf, genau 2600, da gab es noch so ein Angebot, 600 Gems für 32 Euro oder sowas. Habe ich auch noch dazu drauf gepackt und ich bin auf jeden Fall gespannt, wer heute das meiste zieht. Derjenige, der am meisten zieht und am meisten Punkte mit dem Brawl & Summit hat natürlich gewonnen. Zu gewinnen gibt es heute gar nichts, weil das Opening war schon teuer genug. Leute, lasst auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben da, Kevin, wie viele Like schaffen wir? Scheiße. Deswegen habe ich ihn auch gefragt. 50.000. 50.000, ja, könnten wir Hilfe kommen, Leute. Also strengt euch an, ne? Ihr wisst Bescheid und lasst doch gerne mal ein Abo da und schaut natürlich auch bei meinen Gästen vorbei. Wir haben einmal den Atomax am Start. Was geht, Atomax? Moins. Und da einmal den Big Spin, was geht? Moin. Dann den Kevin. Ah, ich bin Kev. Die Banane ist nicht mehr drin. Okay, Lukas. Servus, Freunde, was geht's? Moin, moin. Jonas ist auch am Start. Und der Landy, was geht's? Hi, hao, moin. Und natürlich auch der Topnex, was geht's? Moin. Ja, ich hoffe auf jeden Fall, ihr seid alle hyped. Wir können ja schon mal starten damit, dass wir uns die kostenlose Brawlbox hier oben abholen und einfach mal öffnen. Und ja, dann könnten wir auch alle gleichzeitig den Brawl Pass gleich aktivieren, wenn ihr dafür bereit seid. Erstmal die Brawlbox öffnen. Es wird gleich nice aussehen, wenn wir alle gleichzeitig kaufen. Leute, das 8er Brawl Pass Opening startet in 3, 2, 1 und kaufen! Woo! Oh mein Gott, das sah sich raus. Mega, mega nice. Wild. Okay, so, und jetzt gibt's natürlich noch ein Speed Battle, wer zuerst bei Stufe 70 ankommt. Ganz schnell jam, los geht's. Alter, ich bin der Profi darin. Ich bin echt ein Profi darin. Ich kann das so gut. Also, wenn ich nicht Erster bin, dann weiß ich auch nicht, weil ich hab das schon so aufgemacht. Junge, halt mal deine F***! Also, musst du dich konzentrieren? Bei welcher Stufe seid ihr? Ich bin bei 30, nur schon mal als Vorwahl. Junge, die können dir das denn so schnell antippen? Ich bin bei 50. Ich bin bei 60. Oh, nicht, mein Handy macht gar nicht mit. Ja, 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 die Labe am Anfang hier. Ja, 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 ihr müsst das halt noch ein bisschen üben, aber gut, dafür hole ich euch natürlich auch hier rein ins Video. So, Leute, wir haben jetzt alles durchgejammt. Atomax hat irgendwas gemacht. Achten wir einfach nicht drauf. Aber, Leute, es gibt natürlich eine spezielle Taktik, wie wir jetzt am besten die neuen Verbleibenden ziehen. Leute, ihr wisst Bescheid. Ich erkläre es euch ganz kurz. Wir holen jetzt erstmal die ganzen Goldmünzen und die ganzen Powerpunkte ab und schauen, dass wir bei jedem Brawler so auf 520 Powerpunkten landen. Und wir holen uns Brock ab. Ganz wichtig, Brock müssen wir uns am Anfang auch noch abholen. Mit dem Skin, dann haben wir direkt einen zusätzlichen Brawler, wo wir auch Powerpunkte sammeln können. Und, ja, dann bereiten wir das alles schon mal vor. Und wenn wir das haben, sehen wir uns wieder. Planänderung, wir haben ja erst zwei Brawler. Wir brauchen fünf Brawler erstmal. Deswegen holen wir uns jetzt erstmal noch die ganzen Bigboxen und die Brawlboxen ab. Und holen uns dann die ganzen Powerpunkte. Ich würde sagen, let's go. Wer da jetzt was draus zieht, der ist auf jeden Fall eine Legende. Also, das ist ein Bigboxen schon. Die Jams könnt ihr auch mitnehmen. Bigboxen, Brawlboxen und Jams Gold könnt ihr im Weg auch mitnehmen. Ja, aber nicht egal. Ich habe die Boxerin. Let's go. Erster Punkt. Ich habe mich selber. Okay, Punkte sind sowieso eingeblendet. Oh, nice. Nicht schlecht. Okay, also, ich habe aus so einer Brawlboxen, glaube ich, von Brawlpassen bis jetzt einmal was gezogen. Also, das ist fast unmöglich gefühlt. Aber wir werden es heute sehen. Ich will jetzt den Boxer ziehen. Das wäre auf jeden Fall Ehre. Let's go. Das ist nicht vollgegeben. Genau, alles außer Megaboxen könnt ihr schon mal abholen. Und die Powerpunkte hebt ihr auch nochmal auf, dass wir das Ganze am Ende dann gleich make-en. So, ich habe Bali. Nice, die Superceller, die ist am Start. Ich habe auch Bali. Hoffentlich ziehen wir jetzt auch gleich noch einen Superceller-Boxer. So, Boxer. Megaboxen aufheben, ne? Ja. Also, nächste wie du. Let's go. Die nächste Big Box. Also, wenn ihr dann den Superceller-Selten gezogen habt, dann könnt ihr eigentlich schon aufhören. Ja, ich habe den Superceller-Selten-Karlik-Loschlüssel. Let's go. Das heißt, jetzt können wir uns die Powerpunkte abholen. Moin, moin, erster Brawler. Okay, wenn ihr das habt, dann holt ihr euch einfach die Powerpunkte für die 5 Brawler ab und teilt die so auf, dass jeder am Ende auf 520 landet, dass wir sie auf Power 7 upgraden können. Let's go. So, jetzt habe ich schon. Ja, okay, let's go. So, noch ein paar von uns haben Surge noch nicht abgeholt. Ich würde sagen, wir holen Surge ab in 3, 2... Oh Gott, ich habe aufgedrückt, einfach. Okay. Mann. Oh mein Gott, Jungs. Was? Oh, shit. Okay, das sieht schon. Das sieht schon auf jeden Fall nice aus. Jetzt können wir eigentlich weitermachen, indem wir uns die ganzen Brawlboxen und Bigboxen noch abholen, dann alles auf Power 7 upgraden und dann kommen wir zu den Mega-Boxen. Viel Glück und habt viel Spaß. Oh, aus einer Brawlbox. Neu? Nein. Nein. Das gibt auf jeden Fall schon mal 3 Punkte. Das ist schon mal ein guter Vorsprung. Das war halt wirklich eine Brawlbox. Krank. Krank, krank, krank. Also, lass doch den Daumen nach oben da. Ah, der Boxster. Oh. Ich habe Kevin gezogen. Oh, Junge, was? Oh, was? Neul. 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 Ja, moin. Ja, bigboxen. Die Bigboxen gönnen anscheinend. Sehr, sehr nice. Ah, Junge, ich will jetzt mal was ziehen, aber ich ziehe gut Powerpunkte, das ist nice. Oh nein, ich habe eine Mega-Box. Oh Gott, bin ich lost, Alter. Aber nichts gezogen, alles gut. Aus der Bigbox. Oh. Oh, nicht schlecht, nicht schlecht, ein Punkt. Oh, ich ziehe den Boxster aus der Bigbox. Oh, lol. Kann man mal machen. Boxster. Nein, ich habe auch eine Bigbox, äh, Mega-Box angegelegt. Oh Mann, Kevin, ey. Bist du dummer, aber wahr? Oh, Junge, ich ziehe auch sogar mal. Wenn ihr die Mega-Box geöffnet habt, was seid ihr? Oh. Oh, ich habe Daryl gezogen aus der Bigbox. Okay, die haben doch ein bisschen gegönnt, die Boxen. Und, äh, jetzt bin ich auch schon durch. So, ich mir noch hier ein paar Powerpunkte und dann mache ich die Upgrades. Oh, die Boxerin für Atomax. Nice. Ja, ich habe den du Kastnerin, okay. Dann die auch die Boxerin. Ich bin gespannt. Also, Gadgets können wir dann auf jeden Fall gleich genug ziehen, wenn wir die Upgrades alle machen. Und dann will ich auf jeden Fall neuen Verbleibende sehen hier, von jedem von uns. Ja, ja, nochmal. Okay, jetzt Upgrades, ne? Ja, genau. Und der erste Brawler ist Rico. Oh, Ricochet. Nice. Nice. So, die Accounts sind jetzt soweit vorbereitet. Wir können ja nochmal ganz kurz unsere Brawler zeigen. Einmal auf Brawler drücken und, äh, ja, wir haben jetzt auf jeden Fall einige auf Power7 geupgradet. Ich glaube, so im Schnitt vier bis fünf Brawler sind auf Power7 bei uns. Das heißt, wir können einige Gadgets ziehen und, äh, die schauen uns auf neuen Verbleibenden oder vielleicht sogar zehn. Ist auf jeden Fall sehr, sehr hoch. Und, äh, das bei acht Leuten. Also, ey, das, wenn das heute passiert, das wäre schon nice. Das würde mich schon freuen. So, dann würde ich sagen, äh, ihr könnt jetzt so schnell oder so langsam, ihr wollt den Brawl Pass abholen, den restlichen, beziehungsweise halt die Mega-Boxen. Und, ich würde sagen, let the show begin. Let's go. Ja, Junge. Ich ziehe direkt was neues. Und es ist ein Gadget. Oh, okay. Oh, okay. Oh. 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 Ich auch hier. Let's go. Und. Oh, noch ein Gadget, okay. Gadget. Okay. Gadget. Also, für Gadget gibt es heute keine Punkte, übrigens. Jede sechs Verbleibende ist eigentlich sechs Verbleibende. Ja, das stimmt. Vor allem, wenn man jedes Mal ein Gadget zieht, so wie jetzt auch gerade wieder. Jonas zieht die Bienen, nice. Fünf Verbleibende, okay. Hä? Warte mal, ich hab bisher noch nicht eine Sache aus meinem Brawl Pass gezogen, irgendwie gefühlt. Hä? Das gibt's noch gar nicht. Ich hab wieder Gadgets gezogen. Oh. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich ziehe nur Gadgets, ne? Und sonst fünf Verbleibende, das ist echt nicht lecker. Sechs Verbleibende, save wieder Gadgets. Nein, Jonas hat ja sieben. Nee, Jackie. LOL. Nice. Das ist halt wieder, deswegen wollte ich ihn auch dabei haben, weil er halt der Reaktionsboss ist hier. Der Reaktionsboss, ich hab auch sechs, nice. Warte mal, Lukas, warte noch kurz. Warte auf mich auch. Ich komm, ich komm mit. Lass mal alle... Oh, yes, okay. Lass mal gleich alle gleichzeitig den Brawler-Revealen, der da drin ist. Ich hab auch sechs, okay, geht mal runter auf die Eins oder auf die Zwei, auf die Siebener bitte. Okay, so, Jonas und Art und Max, ihr könnt schon einmal drücken, let's go. Was wird da drin? Okay, so, Leute, überall blinkt die Eins, jeder von uns wird was Neues ziehen. Ich würd' sagen, let's go. Drei, zwei, eins und go. Get it? Gadgets. Geniein. Oh, Gott. Oh, mein Gott, Alter. Also, bis jetzt hat der Brawler-Pass bei mir überhaupt nicht gegönnt. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich hab nur Gadgets gezogen und sonst gar nichts. Aber... Ja, bei Leon kommt noch... Äh, bei Leon, bei Jonas kommt noch noch Leon gleich. Oh, ich hab hier noch ne Megabox. Ja, auch ne Ex. Gibt's hier noch irgendwas, außer die Pins? Ich glaub, ich bin durch. Lukas 10 mal runter. 3, 2, 1, go. Oh, Darrell. Okay. Okay. Kann man mal machen, Darrell. Ich hab noch ne Gratis-Box im Shop und wir haben natürlich auch noch einige Jams am Start, dass wir uns gleich noch mal ein bisschen was gönnen können. Übrigens, Mega-Käfer-Bi kommt bald ein Shop, Leute. Äh, wenn das Video rauskommt, äh, ist er wahrscheinlich auch noch nicht im Shop. Ja. Also, wenn ihr euch ne Nummer holt. Ja, Mann. 6, ich hab auch 6. Ja, ja, dann Jonas 10 mal runter. 3, 2, 1, go. Ja, hoi. Oh, Jackson. Oh, WANN! WANN! Noll! Landi zieht 2! Ja, die Landi einfach. Oh mein Gott. Er zieht einfach 2, Digga. Oh mein Gott. Hauptsache, sein Stuhl blockiert passt ganz 2. Alter. Wie geil. Krank. Also Landi führt auf jeden Fall, glaub ich, schon mal zu. Landi carried wieder das Video. So wie letztes Mal auch. So, also, jeder der fertig ist, kann wieder ins Hauptmenü gehen. Wir haben ja noch ein paar Gems. Wir können dann gleich, äh... Auf Entspannung, ein paar Megaboxen. Auf einen Mortis. Alter, 6. Also ich kack ja so rein heute, das ist echt unglaublich. Gadget. Okay, okay. Ich guck da jetzt einfach nur gespannt zu, Leute. Ich glaub für euch, also für die Zuschauer ist es auch ein bisschen verwirrend. Und hier 8 Perspektiven gleichzeitig anzugucken. Aber, naja. Was soll man machen? Okay, Leute. Wir haben jetzt noch jeder 641 Gems. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Wenn wer nicht 641 hat, dann hat er irgendwas falsch gemacht. Aber sieht ganz gut aus. Ich würde sagen, ähm, wir können uns jetzt noch ein paar Megaboxen gönnen. Und, äh, ja, dann öffnen wir erstmal die erste. Ich bin gespannt. Also wir haben jetzt noch ein paar Upgrades gemacht. Wir können neue Gadgets ziehen. Wir öffnen die erste Megabox in 3, 2, 1, und... Und... 6 von Magel. Oh mein Gott, 7. 6, 5. Okay, okay. Also fast jeder zieht was. Äh, wir können ja mal runter gehen. Dann kann Big Spin schon mal seinen ersten wegdrücken. Komm, 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 oder? Komm, komm, oder? Okay. So, und dann, äh, die restlichen Leute, die jetzt hier noch eine blinkende 1 haben. Ich würde sagen, 3, 2, 1, und go. Gadget. Okay. Na super. Oh, Pifa. Oh Gott. Nicht schlecht. Okay. Fahren wir fort mit der zweiten Megabox. Let's go. Wir öffnen in 3, 2, 1, und go. Fünf und bleibende? 6. Okay. Kevin, bist du der Einzige? Jonas. Jonas auch. Also. Okay, dann macht mal. Let's go. 3, 2, 1, go. Gadget. Wow. Kann man mal machen, okay. Okay. So, ich schaue uns auf eine legendäres von mir sehr, sehr hoch. Also, vielleicht. Also, ich würde sagen, die nächste Megabox. Und ich glaube, das wird auch die letzte sein, weil wir haben gleich noch was vor. Aber, wir öffnen in 3, 2, 1, und go. Sechs. Sechs. Fünf. Fünf. Mann, Mann, Mann. Okay, gut. Dann dürft ihr wieder öffnen. Ich hoffe auf jeden Fall, ihr zieht nichts krasses. 3, 2, 1, go. Oh, die Muni nochmal. Oh, die Großmuni, okay. Auch nicht schlecht. So, und jetzt hat jeder von uns noch 401 Gems, ne. Und ich habe gerade noch entdeckt, hier gibt es ein schönes Sonderangebot, was ich verschiebe mal meine Cam. Und zwar gibt es hier wunderbar den Leon für 349 Juwelen. Das ist auf jeden Fall ganz geil. Und Leute, ich würde sagen, einfach, weil wir es können, weil wir bis jetzt einen legendären Brawler gezogen haben, müssen wir eigentlich jetzt alle Leon kaufen. und damit ich auch reinschreiben kann, neunmal legendäre Brawler, ne. Ein Titel. Ja, ja. So. Okay, also alle schon mal draufdrücken und ich zähle gleich runter, wenn wir kaufen. Wir kaufen Leon in 3, 2, 1 und go. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Jeder hat Leon gezogen. Es sieht schon krank aus, wenn man ganz ehrlich ist, es sieht schon sehr nice aus. Wirklich viel. No joke. Ultra, ultra heftig. Und Leute, wir haben alle die, die, die Leons haben jetzt alle aus einer Brawl Box gezogen, aus der Gratis Brawl Box. Also wirklich zu klein. Ich glaube, ich kann noch eine Big Box öffnen. Das mache ich jetzt auch noch schnell. Let's go. Zack. Oh, ich zieh noch was. Ich zieh noch was. LOL. Also wenn jetzt noch mal was aus der Big Box zieht dann. Ich mach auch noch. Ehre auf jeden Fall. Nee, ich hab auch nix. Okay, ich glaube, ich bin der Einzige, der was zieht. Gut, dann würde ich sagen, guck ich mal rein. Und. Es ist ein Gadget. Ja, wow. Moin. Okay, Leute, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr nices Opening. Neun legendäre Brawler. Ein Wahnsinn, Alter. Leute, ich hätte niemals gedacht, dass das wirklich so krass abgeht. Nee, aber wenn wir ehrlich sind. Ein legendärer Brawler ist in Ordnung, sag ich jetzt mal so. Kann man machen. Hätte auch besser laufen können. Aber ich denke mal auch, dass der Gewinner feststeht. Wir gucken noch mal ganz kurz in die Brawler-Liste rein. Okay, also der Gewinner steht fest. Big Spin hat gewonnen. Glückwunsch auf jeden Fall an dich. Du hast nichts gewonnen. Danke. Das ist natürlich nicht so nice. Aber, ey, freu dich über die Brawler, die du gezogen hast. Und die anderen natürlich auch. Leute, ich würde sagen, das war's jetzt hier mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen fetten Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal. Abonniert auf jeden Fall auch die ganzen Gäste. Alle unten in der Videobeschreibung verlinkt. Lasst euch neue Grüße da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao. Outro 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 Outro